Ein sonniger Lichtblick war das gestern Abend. Wunderschöner Blick vom Breger zur Wald Richtung Badersee. Und ähnlich schön, wenn nicht sogar noch ein bisschen schöner, hat es ausgeschaut vom Dorabierer Karren. Ein wunderschönes sonniges Leuchter, nach dem ein viel bewölkter Tag. Und jetzt haben wir einige Sonnentäge vor uns und mehr dazu erzähle ich euch gleich. Jetzt begrüße ich euch einmal recht herzlich zum heutigen Wetterring Regionalwetter. Schauen wir uns die Sonnenausbeute an bisher im Monat Juli. Wir haben ja gesehen, dass wir im Blutens 70% hinterm Durchschnitt liegen. Am Rohspitztunner minus 83 und Dombien minus 84. Also es gibt Aufholbedarf. Man hat es gemerkt, es war relativ sonnenarm. Und die Sonnenprognose, die Ihnen natürlich auch auf unserer Website, auf der Sonnensite sehr handelt, wie gerade in der nächsten Woche doch viele, viele Sonnastunden zu erwarten sind. Wir hoffen auf jeden Fall, dass es so kommt. Und jetzt machen wir noch einmal einen Blick zurückwerfen. Wir haben nämlich seit dem 16. Mai erst Nüteck gehabt, die ja nicht nass waren, an denen es nicht gerechnet hat. Sagenhaft, also ich habe das noch nie erlebt, in so einem Zeitraum so viele Rägerdeck. Was wir noch dazu erwähnen wollen, ist, dass der DWD, der Deutsche Wetterdienst, rausgegangen hat, dass es die zwölf nassesten Monate am Stück waren, die sich seit Messbeginn, seit etwa 1850 registriert haben. Ein Glück, dass nicht mehr passiert ist für uns im Ländle, aber in der Schweiz zum Beispiel, an der Grenz von Graubünden zum Tessin, da hat es ja vor ein paar Tagen noch so ausgelassen, die Autobahn ist weggerissen worden, weil am Muret den Fluss verletzt hat. Und Gott sei Dank, und zum Glück haben die Bauarbeiter da höchste Arbeit geleistet. Ihr seht, haben sie bereits zwei Fahrspuren, jeweils in eine Richtung. Ist eine Fahrspur frei für alle, die jetzt in den Urlaub fahren. Ein großer Dank, also, und eine Meisterleistung für die Schweizer Autobahnhelfer, die da großartiges Gleisstätt hat. Schauen wir uns das Wetter an, der heutige Fritig, der bringt jetzt endlich wieder einiges an Sonnerski, nach denen ein paar Wolken, die wir machen haben, untertags sehr sonnig, und wieder bis zu 26 Grad im Wallgau und im Riedtal. Oft der Bergdorf auf 2000 Meter, maximal 14 Grad am Nachmittag, also schon deutlich angenehmer, und insgesamt bis zu 10 Sonnenstunden, die wir heute erwarten können. Die Public Viewings für das Viertelfinale am Abend, die gehen trocken über die Bühne, endlich einmal. Also, ihr könnt das gerne durchschauen, nur eine Jacke nachzuhören, denn es wird dann im Verlauf vom Abend wieder zum Teil recht frisch stoßen. Der morgige Samstag, der startet verbreitet recht sonnig, ein paar Quellwölkchen vielleicht über den Berg, und dann bis Mittag ziemlich sicher sonnig. Aber am Nachmittag, da bilden sich immer mehr Quellwolken, und vor allem, denn am späteren Nachmittag und früher Abend erwischt diese Kaltfront, die wird dann zum Teil recht kräftige Windböe bringen, Abkühlung und auch Starkreger, speziell in der Nacht, auf den Sonntag ist das der Fall. Und wir sehen so auf der Wetterprognosekarte, wie die Kaltfront denn morgen drüber ziehen wird, also vom Samstag am Abend bis zum Sonntag und der Tag so immer wieder Schauer, die da drüber gehen, und der Bollenseepegel sicher wieder einmal um ein paar Zentimeter anstiegen lassen wird. Das ist auch zuerst mit dem Rhein. Der Rhein ist ja im letzten Event Gott sei Dank nicht über das Uferdrehter, da hat das Modell das deutlich drüber gesehen gehabt. So schaut es jetzt einmal danach aus, dass es auch diesmal am Sonntag nicht über das Hauptbecken, also nicht ins Vorland geht. Somit dürfte sich der Rhein auch bei dem kommenden Ereignis im Hauptbett halten können. Ja, und nach dem schmuddeligen und wechselhaften Sonntagswetter mit vieler Wolken und Temperaturen maximal nach so um die 19 bis 20 Grad im Rietal und im Wallgau, schauen wir uns die nächste Woche an und da sehen wir warme Temperaturen, sie gehen auf von 26 bis zu 32 Grad wahrscheinlich am Dienstag und am Mittwoch dürfte es sehr warm werden mit zwischen 28 und vielleicht sogar 32 Grad. Viel Sonnenschein in der Nachmittagsstunde, am Mittwoch das ein oder andere Gewitter, das sich bilden kann, aber am Donnerstag und am Freitag schaut es aus der derzeitigen Sicht dann auch aus, dass wir einen Tagesgangwetter haben, in der Frühjahr, in der Vormittags- und in der Nachmittagsstunde wahrscheinlich sehr, sehr sonnig, kaum Wolken, aber dann in der späteren Arbeitsstunde kann sich das ein oder andere Wärmigwetter entladen. Wie geht es dann auch weiter? Wir sehen schon wieder am 14-Tagestrend, die Temperaturen sind die Mittagstemperaturen, also momentan so gegen 17, gegen 17 und 18 sind nur die höchsten Werte, bis zu 30 oder 32 Grad, sinkt es denn wieder runter, vor allem am Samstag und am Sonntag schaut es in Ihrem Modell nach einer erneuerlichen Kaltfront aus. Alle Bäderbetreiber und alle Buhren, also absolutes Heuwetter ab Montag, ihr könnt rausgehen und manns Heu schniden und nachher da einsammeln, denn wer weiß, wie es denn danach auch weitergeht. Und die Bäderbetreiber freuen sich jetzt auch einmal über ein paar sonnige und auch sehr warme Tag, denn die haben bis jetzt nicht wirklich viel Betrieb gehabt, seit sie im Mai aufgesperrt haben. Hat euch das Wettervideo gefallen, dann freut es mich, wenn ihr unseren dummen Hinterland nach oben und vergesst nicht unsere Instagram, YouTube und Facebook-Kanäle zum Abonnierer. Jetzt wünsche ich euch noch ein gutes Durchkommen durch das doch den durchwachsenden Sonntagswetter und in der kommenden Woche viel Spaß mit dem viel Sonnenski und mit der warmen Sommertemperatur. Vergesst euch nicht zu cremen, wunderschöses Wochenende, ciao miteinander.